Was weiß ich, wenn wir sonst wenig Chancen haben, das Kavitza H zu H zu haben. Rack! Das ist dann eher unangenehm für uns, das ist richtig. Vielleicht Turbo einlegen, reinfahren und abhauen. Ja. Gefechtsstation! Dann können wir mal gucken, was dann wo aufgedeckt ist. Die haben noch nicht geladen. Doch, die schon, die auch. Unsere Cruiser müssen sich eigentlich mega zurückhalten, bis unsere drei Battleships irgendwas machen können, weil dann wäre ein Vorteil. Das wird nicht passieren, zeig ich dir jetzt schon. Ja, sicher wird das nicht passieren, aber das wäre schlau. Alle fahren irgendwo hin, das ist schon mal sehr gut. Der eine fährt da hin, der eine dort. Ja, das sieht sehr gut aus auf der Minimap. Womansk bei A, okay. Da bläst Kavitza. Das ist kein Problem. Äh, ich tope nach... Also vor dich, sozusagen. Ah, jetzt mach ich Nebel an, jetzt kann man schießen. Ne, ich spotte erstmal, solange die auf dich schießt. Ne, die hat auch geschossen. Da ist sie schon gespottet. Okay, jetzt hat er sich eingenebelt. Er fährt aber raus. Ich verpasse mich jetzt auch. Fahren wir einfach wieder runter, oder wollen wir nach hinten in die A fahren? Ja, ja, wir verpassen uns wieder. Richtig. Faktiv. Okay. Gegner Obert B. Okay, die ist immer noch hier. Hallo, die schießen auf dich und treffen mich, oder was? Ist das eigentlich eine Frechheit? Kann passieren. Ich schieße, du bist sonst immer im Fokus. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ja. Das ist schon. Ich bin ja auch ausgefahren. You see? Ich verstehe ja nicht, warum ich so lange gespottet bin. Ist das halt irgendwie lächerlich. 20 Sekunden. Deine Spotting Range erhöht sich da um vier Kilometer oder so, glaube ich. Naja, das ist schon klar, aber das ist echt die Ewigkeit. Sind das nicht so gut. Zu dem auch. Ich mach das. Nice, tactical Beaching. Deine Tops kommen nicht so schlecht. Nikolas könnte es erwischen Wir haben keinen anderen Punkt. Bei B sind es halt nur die beiden DSG, die wir nichts machen können. Ja, aber wir hatten zuerst mal gecappt. Ich komme mal rüber zu dir wieder. Okay, die mit Katze ist schon mal down. Die Fairgood hat direkt hier vorne gesmoked. Ich bin gespottet. Ne, ist die Nikolas. Ich weiß nicht wo er lebt, ob sie da lang fährt oder... Der fährt hinter der Insel quasi lang. Aber hier ist noch eine Hatsu. Ich bin schon drei Cruiser verloren. Wenn sie sich auch dämlicher anstellen. Puh, das ist ein Legato. Wir kommen ja nicht durch, solange nicht irgendwie die Dinger wechseln. Das Gegnerische Team hat die Führung übernommen. Die Durchmeldung. Die Untertanen. Ich bin anhperiert. Ja. Ich bin jetzt ein Zeug. Es gibt ein Bruder. Ich habe ein Bruder. Und da ist großartig. Ich bin ziemlich glücklich, aber es kann kiest. Also, ob er hier bin, warum ich mich hier nehme, bin ich bin. Ich bin total. Ich bin Jan. Die Nikolas taucht gleich hinter dir auch. Ja, ich hab schon getaubt in die Richtung, aber die wird nicht reinfahren, denke ich. Ne. Ja, also wenn das restliche Team uns nicht mal gebacken kriegt, irgendwas zu zerstören, ist natürlich schlecht, ne? Also C könnten wir jetzt kriegen, dass wir gucken, ob wir B wieder kriegen können. Ne, das machen die anderen jetzt schon. Was wir machen könnten, das Einzige was wir machen, ist, wir können mal die Nikolas versuchen zu zweit auszuschalten. Weißt du, wo die lang gefahren ist? Die ist, die ist... Naja, die ist hier unten. Irgendwo. Die Bliska ist noch in B drin, glaube ich, irgendwo oder dahinter. Naja, die ist nach hier oben gefahren. Okay. Da war der letzte Punkt, wo man sie gesehen hat. Schön mit der Mod, weißt du denn, das ist ungefähr... Ja, bei mir funktioniert sie momentan nicht. Ich muss noch mal neu installieren, nirgends den Scheiß. Ah, da vorne kommt ein Plus. Da ist Nikolas. Da ist alles. So. Gleich an links Distanz. Smauk, hab ich ready? Ja, ich bin mit Smauk. So, verwende ich jetzt meine Glänze auch mal. Schraube kaputt? Nein, das... Nein! 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 Warum denn? Er wäre so schön reingefahren. Ach, ist er doch. Ist gut. Rechts uns ist die Nagato. Magato. Ja, ist top. Ich treffe die Nagato nicht, ist sehr lächerlich. Ist genau zwischen her gedreht. Kann sie jetzt aber nochmal topen. Auf der anderen Seite. Mach du von da, ich mach's dann von der anderen. Nicht nach dem, wo sie hindreht. Irgendwo muss sie sich jetzt in ne... Insel da reinhauen. Mit dem ist halt, die fährt weg vor uns, ne? Ja, ich weiß. Na ja, okay. Ich glaub, das Unterfangen kann man erstmal vergessen. Wir brauchen ja noch den A-Cap. Ich guck mal, ob ich in die Richtung jetzt fahren kann. Ach du, ach du, ach du. Ach du, ach du, da kommst du dir. Shit. Weck da. Den A-Cap kannst du vergessen. Wir haben noch alle von denen. Wir brauchen den halt, ne? Anders werden wir das Spiel nämlich nicht gewinnen. Ja. Killen. Und Bliska ist genau neben jetzt. Ja. 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 Kriterischer Maschinenschaden. Das war nett. Ja. Bisca müssen wir jetzt schießen, beide. Ich hab mich eingelabelt. Der hat sich in die falsche Richtung weg. Und da treffen meine Taubs nicht. Der hat sich da jetzt gebiased. Alter, dies. ja welcher cruiser kommt von uns seit dem joko vielleicht können die noch was dagegen machen die moment kommt auch hier zu mir ok ich hatte es wieder geschafft da hinten raus zu kommen nur abhauen was anderes bleibt jetzt nicht mehr kann sich nicht mehr bewegen hat repariert was willst du da machen das war absolut kein setup für uns da sind einfach viel zu viele gunboats drin völlig falsch auf ich dachte da muss man jetzt aber auch mal ballgaming vorwurf machen weil irgendwo stimmt da was in der aufteilung nicht sie haben gesagt sie wollten so viele wie möglich machen ach ok kamikaze und mini kz macht mal eine mini kz squad auf die andere seite was soll das auch wenn es die rechnung ein bisschen umgestellte ich meine ich bin ja auch mal bereit ein bisschen länger zu warten ticken also kommt man halt nicht achtung du brennst ja ja ich weiß ich müsste erstmal aus der reichweite jetzt lohnt sich das löschen nicht zerstörer brennt jetzt nicht so jetzt lohnt jetzt lohnt die new mexico ist so fucked ja ist down nice short die ist einfach stufgrad rausgefahren b captain sofort nice wir haben da unten sogar noch jemanden der ein anderes battleship die colorado die die blitzke jetzt auch noch beschossen hat grad ich muss sie eigentlich nur spotten für die also bei gutesten schlachtschiffe ich habe leider keinen boost mehr da ist es wieder Achtung diesmal musst du aus der reichweite bleiben es war eine komplette Nullnummer aber ich bin noch nicht gespottet von daher ja gut die ganze Niagato kann dir scheißegal sein aber du musst außerhalb der range von der blitzke witzer sein weil du dich einfach killt ich habe noch einen smoke colorado kann theoretisch nach A fahren also zeitlich nicht mehr reichen wir brauchen den kill auf der blitzke die ist genau vor mir ne rechts vor mir die hat halt auch nicht mehr viel HP ist die Sache aber die hat halt die besseren Gans das Problem ist wenn du dich so anschließt wird ich dich ficken wenn die irgendwo da lauert ja ja momentan erober ich ja also von daher ah ok jetzt ist... ne ist er noch nicht wieder drin dachte gerade na also ok die fährt weg na dann na ja ich glaube die wollte die Nagato beschützen ich glaube du musst jetzt auf den Nagato gehen cool A oder Nagato? Nagato okay helft der in Mexiko ja oh Gott die hat so strong weil die kann dir halt auch helfen ja 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 aber die fährt weg von mir das ist auch wieder blöd 2 Minuten 30 noch oh bitte New Mexico geh nicht drauf bei der Geschichte das wäre halt ganz dämlich schieß hm ja rip ah was hat die denn wieder verkackt wie kann man es denn so verkacken jetzt alter wann schießt du denn hat er nicht schon geschossen und richtig verfehlt oh mein Gott ey jetzt hat er noch mal getroffen aber das reicht doch nicht mit ne mit ne Secondary gekillt worden haha ja gut von der Nagato ist es kein wunder die ist die hat heftige Secondaries naja fährst du halt nicht Breitseite zu dir fährst du nur deinen Frontalkanonen wenn die Breitseite zu dir ist ganz einfach das ist gut dass man kann für die ja keine Punkte aber das reicht ja trotzdem nicht die Minute 30 das ist das Problem an der Sache das ist das Problem an der Sache nice vielleicht trotzdem nicht gegnerischer Zerstörer versenkt doch wenn jetzt musst du halt auf die Nagato gehen ja klar aber wenn die in der Minute nicht mehr überholen Punkte technisch meine ich wir brauchen 120 Punkte was kriegen die denn jetzt noch für Punkte keine die kriegen keine Punkte mehr aber 50 Sekunden nur noch ist das Problem und ich hab keinen Speedboost mehr lol und die kommt einfach auf die guck wie die Dink sind guck wie die Kanonen sind zu mir zu mir hallo stehen bleiben Dennis alter hast du du hast zu viel auf einmal geschossen auf die falsche Stelle sicher? ja jetzt wär halt genau jetzt hast du deine ihre Salve verschossen ne hm ich weich dir aus nicht ah die hast du zu schnell da musst du halt aufpassen da musst du schnell äh nicht so schnell alles das ist so close aber war ja ein nettes Gefecht eigentlich dafür dass das Matchup so gegen uns war ja ging das echt noch ganz gut gut gut